Wann ist eigentlich der richtige Moment, Mitarbeiter einzustellen und wie viele solltest du einstellen? Das wollen wir in diesem Video klären. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex, Marvin ist auch wieder am Start. Und wir wollen heute mal über das Thema sprechen, Mitarbeiter einstellen. Das Thema skalieren. Wie viele Leute solltest du einstellen? In welchen Bereichen solltest du die einstellen? Und wann solltest du die einstellen? Und es gibt hier grundsätzlich, finde ich, zwei Vorgehensweisen, die man gehen kann. Aber in meinen Augen nur eine funktioniert wirklich gut. Die erste ist, Mitarbeiter auf Vorrat einzustellen. Wenn da gerade einer da ist, stelle ich ihn ein. Die andere ist, Mitarbeiter dann einzustellen, wenn ich sie tatsächlich brauche. Und Mitarbeiter auf Vorrat einstellen klingt natürlich erstmal sehr schön. Bedeutet, ich habe irgendwie 100.000 Euro Auftragsvolumen und ich habe 10 Mitarbeiter von mir aus, ungefähr so. Jetzt sage ich, okay, für die nächsten 50.000 brauche ich 5 weitere Mitarbeiter. Ja, wenn ich die 5 eingestellt habe, ist aber erstmal die Situation so, wenn mein Auftragsvolumen nicht hoch geht, dass ich dann halt 15 Mitarbeiter habe, die ich bezahlen muss und nur 100.000 Euro Auftragsvolumen. Und das Problem daran ist einfach, und das haben wir ab und an mal, sehen wir das im täglichen Leben, dass die 5 Mitarbeiter, die dann zusätzlich da sind, nicht komplett ausgelastet sind. Bedeutet, die gewöhnen sich an eine Unterauslastung. Die gewöhnen sich daran, nur 60, 70 Prozent ihrer Zeit tatsächlich aktiv zu arbeiten. Und ja, die restliche Zeit andere Dinge zu machen oder auch vielleicht einfach langsamer arbeiten. Und wenn du dann wirklich die 50.000 Euro mehr Umsatz generierst für die letzten 5 Mitarbeiter, damit die ausgelastet sind, dann haben die sich eigentlich schon daran gewöhnt, dass sie auf 60 Prozent Level arbeiten. Bedeutet, es kann passieren, dass sie mit dem 100 Prozent überfordert sind plötzlich. Ja, ich finde, ein wichtiger Aspekt ist auch noch, dass du halt als Geschäftsführer schauen solltest, wohin deine eigene Zeit eigentlich gerade investiert wird. Also weil du solltest als Geschäftsführer eigentlich immer deine eigene Zeit sozusagen freikaufen wieder durch Mitarbeiter und durch Leute, die dann diese Position übernehmen können. Also das heißt, es geht natürlich einmal darum, okay, mehr Wachstum, mehr Leute in der Montage, mehr Leute im Verkauf und so weiter. Aber es geht ja auch um die ganze Struktur in deinem Unternehmen. Und da solltest du dann nicht überlegen, so ja, okay, stelle ich jetzt da noch zwei Verkäufer mehr ein oder da noch mehr Leute in der Montage und so weiter. Klar, wenn das aktuell akute Engpässe sind, dann gilt das, was Alex natürlich eben gesagt hat. Aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass du dir mal als Geschäftsführer überhaupt bewusst machst, hast, welche Tätigkeiten machst du eigentlich gerade jeden Tag und machst du eigentlich schon die Tätigkeiten, die du machen möchtest, um das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Ja, wenn du selber also noch den ganzen Tag irgendwie Angebote schreibst oder wenn du selber noch den ganzen Tag selber mit auf Baustelle rausfährst, das ist natürlich, der eine oder andere macht das natürlich auch gerne bewusst. Aber wenn das eine Sache ist, wo du sagst, ey, ich will das eigentlich gar nicht mehr, ich will eigentlich gar nicht mehr die ganze Zeit selber zum Aufmachen rausfahren oder selber dir Angebote schreiben und, 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 dann solltest du erst mal da in deinen eigenen Kalender reinschauen und gucken, was sind eigentlich gerade die Dinge, die mich gerade blockieren und dann sozusagen so einstellen, um dir sozusagen wieder freie Zeit im Kalender zu ermöglichen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel derjenige bist, der die ganze Zeit die Angebote schreiben muss, weil kein anderer das kann, dann musst du an dieser Stelle arbeiten und sagen, okay, irgendwie 40 Prozent meiner Zeit, die ich in der Woche verbringe, ist Angebote schreiben. Ich habe da aber auch keinen Bock mehr drauf und ich will eigentlich viel lieber irgendwas anderes machen. Wenn du es liebend gerne machst, dann mach das auch gerne weiter. Aber wenn du sagst, ich will eigentlich lieber meine Tätigkeit darin investieren, daran investieren, das Unternehmen zum Wachsen zu bringen und das Ganze zum Unternehmen auszubauen, dann musst du überlegen, okay, wie schaffe ich es jetzt, diesen Prozess des Angebotschreibens zu übergeben an jemanden, den ich dann einstellen kann, dem ich das beibringen kann und so weiter. Weil damit du dir immer weiter Zeit freikaufen kannst, es geht nicht darum, dass du dann nichts mehr zu tun hast, sondern dass du dann halt die Zeit in Tätigkeiten investieren kannst, die das Unternehmen wieder voranbringen kann. Ja, und von der Gesamtauslastung deines Teams aus gesehen, sind da zwei Aspekte. Das eine ist deine Zeit, das andere ist deine Teamauslastung. Ist es durchaus gut, wenn du in bestimmten Zeiten, auch mal wirklich zwei, drei Monate im Jahr vielleicht, wirklich mal auf 100 Prozent oder sogar auf 110 Prozent läufst, weil nur dann werden die richtigen Fragen gestellt werden, auch von dir oder von deinen Leuten, um Prozesse zu entwickeln, die einfach stärker sind, die halt diese Belastung raushalten. Natürlich sollten ja Leute nicht dauerhaft auf 110 Prozent laufen, das kann keiner und das kann doch nicht das Ziel sein. Und in diesen Zeiten kristallisiert sich immer sehr klar heraus, welche Dinge machen wir eigentlich, die gerade keinen Gewinn bringen, welche Dinge machen wir, die wirklich was bringen. Und so ein Team, was auf diese Art auch eingeschworen ist, kann auch deutlich mehr einfach am Ende schaffen, auch deutlich mehr zusammen schaffen. Und deswegen ist das Vorgehen zu sagen, okay, zum einen, du überlegst dir strategisch gesehen, was ist das nächste Ding, was du selber als Geschäftsführer loswerden kannst, damit du dich mehr beschäftigen kannst. Aber das machst du erst dann, wenn du wirklich an dem Punkt bist, wo du merkst, okay, du läufst hier teilweise wirklich stellenweise auf 110 Prozent. Und das ist zu viel. Und dann holst du erst Leute ran, weil die Aufträge werden danach dann im Regelfall bei diesem Vorgehen kommen. Wenn du deinen ganzen Fokus auf dem Thema Recruiting hast und die ganze Zeit nur guckst, wo kriegst du Leute her, aber die Aufträge ziehen dich nach, weil du da halt keinen Fokus drauf hast, dann ist es halt schwierig. Ja, ich hoffe, da war ein paar Sachen für dich dabei. Wir reden ja sehr viel über das Thema Recruiting oder das Thema, ja, Kundengewinnung. Und wenn du da natürlich weitere Sachen nicht verpassen möchtest, dann auf jeden Fall einmal, ja, das ganze Abonnieren hier, den Kanal abonnieren. Wir haben tatsächlich viel zu wenig Abonnenten verglichen mit denen, was an Leuten da draußen ist, die eigentlich davon profitieren würden. Vieles auch gerne entsprechend weiter. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.